ARD Text im Auftrag von Funk Man sollte einfach mal vernünftig casten. Das war ja nichts Innovatives, also es war ja nicht was ganz komplett Neues. Ich erwarte 2019 Harald Glöckler, Matthias, Rhein oder K-One im Dschungel. Uri Geller, Detlef DeSoest und die Bachelorette. Ich wünsche mir für Dschungelcamp 2018... ...19! Hälfte Promis, Hälfte normaler Leute einfach mal und die BAM! Also ich bin eigentlich recht zufrieden. Es war schon ein bisschen fad. Nun kann man drüber streiten, liegt es an den Kandidaten oder liegt es daran, dass sich das Format totgelaufen hat. Irgendwann hat ja so eine Sendung den Zenit überschritten und möglicherweise ist das jetzt so... No way, Alter, da hört es bei mir auf. Da bist du dabei! Das ist prima! Viva Colonia! Oh, hervorragend! Tschüss! Tschüß! Tschüss! Tschüss! Im Laufe Calab! Bis zum nächsten Mal.